hallo und herzlich willkommen bei mir am grill heute mache ich eine beilage und zwar barbecue kraut eine beilage schmeckt natürlich nicht ohne hauptgericht da mache ich dann einfach ein paar bradwürstchen das brauche ich euch nicht zu zeigen wie das funktioniert bradwurst grill kann jeder mit sicherheit aber das barbecue kraut ist bestimmt mal eine interessante sache das zeige ich euch gleich aber bevor wir dazu kommen muss ich erst mal den grill reparieren das ist nämlich ist mir nämlich beim letzten mal aufgefallen das ist einer der brenner die habe ich schon habe ich schon ausgebaut und er hat ein riesen loch und ist durchgebrannt quasi den habe ich schon ausgetauscht also den kaputten habe ich schon ausgetauscht aber ich denke mir warum irgendwann später noch mal anfangen immer hin und her deshalb kommen die anderen brenner jetzt auch ausgetauscht und das will ich mit euch machen bzw da will ich mich mitnehmen und danach wird gegrillt ich wünsche euch viel spaß dabei so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Wenn ihr euch wundert, warum ich hier die Brenner immer ein- und ausbaue, die muss ich einstellen damit die saubere verbrennung haben da kann ich das hier an dieser an dieser schraube kann stellen dass hier der lufteinlass etwas kleiner bzw größer je nachdem wird im augenblick und ist alles etwas kleiner drehen und deshalb stecke ich die brenner immer wieder rein um das ganze auszutesten wie das flammbild dann jetzt ist so und dann wollen wir gucken ob das jetzt gebracht hat was wir da gebastelt haben der will noch nicht ja ich würde mal sagen sieht gut aus funktioniert hitze kommt auch kommen wir wieder ausmachen und die bleche wieder montieren so das war es erstmal mit der reparatur vom grill ich habe befürchtet dass die brenner nicht so stark sind wie die alten aber ist auch nicht so schlimm der grill wird heiß genug ja jetzt kann ich essen machen und ich sammle die zutaten ein und dann fangen wir an zu wurzeln der grill kann kann heiß bleiben brauchen wir gleich wieder so für unser barbeküpp kraut brauchen wir natürlich auch ein paar zutaten die da wären einmal sauerkraut dann schinkenwürfel eine zwiebel paprika eine barbecue soße salz und pfeffer und weil es dann eben halt eine beilage ist gibt es dann bei uns auch noch ein paar grillwürstchen die werden dann eben halt als hauptmahlzeit gegrillt aber wie gesagt das brauche ich euch nicht zu zeigen das ganze braucht man hier noch eine schüssel oder eine pfanne geht auch ja wir kümmern uns jetzt erstes mal um die zwiebel die wird geschehen die wird geschehen und in kleine würfel geschnitten ich glaube das sollte uns reichen die pfanne stelle ich schon mal auf den grillern beziehungsweise die edelstahl schlüssel die kann da erst mal schon mal aufheizen weil mit dem schnibbeln sind wir schon so weit durch was jetzt kommt da muss ich euch mit einem grill nehmen so der grill ist ordentlich heiß und die pfanne so gut aus da versenken wir jetzt erst einmal mal die zwiebeln und den schinken oder schinken steck oder was auch immer ich könnte das ganze natürlich auch auf dem zweiten kochfeld machen aber ich habe den grill gerade am laufen dann noch mal ein bisschen langsamer brauchen die folgen so jeden ganzen geben wir jetzt einmal so fünf minuten und dann kommt unser sauerkraut dazu ja ich bin da auch ich bin da auch und du bist auch dabei ja aber die neuen sind wirklich cool die neuen sind wirklich gut und das sauerkraut ist gut das stimmt und jetzt im moment fliegen sowieso auch schon nicht mehr so viele westmasse gemerkt die sind bestimmt schon ja das stimmt es wird langsam winter ich brauche keine jacke hier an den gräsen ja wirklich war das stimmt papa was ist das blaue blaue ist denn das da unten das ist das feuer aber wieso ist das so blau weil das eine glas flamme ist die ist blau wenn die richtig schön brennt dann ist die blau das ist so das heißeste am feuer weißt du die blaue flamme ist die ist nicht so heiß ja vorsicht weiß ich mach das nicht runter ich komme ich nur ab dann nehmen wir uns ein bisschen von dem und paprika das ist übrigens paprika rosen scharf wääh wieso ein wenig salz ja und noch ein bisschen pfeffer nicht ja doch pfeffer kommt auch ein bisschen nur und jetzt musst du das jetzt musst du das verrühren genau jetzt muss ich das verrühren papa so geht das hier ab nicht so geht das ab brauche ich nicht ich glaube irgendeiner hat das hier geschnitten ich glaube irgendeiner hat da dran rumgeknüppelt mit seinen fingerchen oder geschnitten ich glaube nicht doch so gemacht so so reingepickt und so guck mal so 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 und dann aufgeplatzt nora mein kopf wird langsam meine haare werden langsam verbrennt und deine haare werden langsam verbrannt ja ich glaube nicht komm mal hast du Schuhe an? ja ja doch und dann hast du noch mal das ist viel zu kalt und das ist viel zu kalt und dann hast du noch mal mit her nein 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 kann ich bitte seine Hefe noch Kann ich bitte Seifen haben? so und dann komm deine Seifenblage hatte ich doch hier rausgestellt ich weiß nicht wo die sind oder wo ist das Papa? so hier stehen die doch barbecuhr so ist das glück gehabt wenn das verbrochen wird dann könnte das dann könnte die ganze so soll ja ausfließen ja das stimmt wenn ich hier ja eine soße welt so jetzt haben wir die barbecue soße rein getan und das ganze müssen wir jetzt so schön vermischen dass der ganze kraut sauerkraut weil er eingelegt ist im essig und so dann wird der sauer sauerkraut ein schluck bier hat da noch nie geschadet das ganze lassen wir jetzt bei kleiner flamme also 20 minuten vor sich hin köcheln nachher noch ein bisschen nachwürzen vielleicht ja und dann gucken so das ganze brüttelt jetzt so locker vor sich hin und das ist auch ganz gut so das soll ja schön durchziehen alles ich werde jetzt gleich die würstchen auflegen weil das hier ist fast fertig das braucht nicht mehr ganz lange und das ist übrigens eine mega geile beilage für zum beispiel ja hot dogs oder pull pork zum beispiel schmeckt mega lecker das ist so die barbecue süß sauer variante das saure von dem sauerkraut dann das süße rauchige von der von der barbecue so ist geil ist einfach nur klasse ich werde jetzt mal die die würstchen holen das hier sind übrigens die geilsten würstchen die ich kenne das ist hier ein ein ansässiger metzger und der macht richtig mega geile gröbel absolut klasse alle leute ich muss ehrlich sagen das war wirklich extrem lecker ich kann euch das wirklich nur weiter empfehlen macht es mal nach ihr könnt da auch andere sachen rein machen zum beispiel keine ahnung salva in den säubern nicht mit weiß ich paprika edelsüß oder vielleicht auch chayenne pfeffer oder tabasco oder sonst jemand richtig mit chili ist wenn es richtig hart wollt also wenn ihr es richtig scharf wollt dann könnt ihr da so viel mit machen so viel mit arbeiten ausprobieren experimentieren das ist wirklich toll wie gesagt uns hat es wirklich gut geschmeckt selbst meiner frau die eigentlich überhaupt nicht auf barbecues untersteht die mag das eigentlich nicht die hat tatsächlich gesagt ob das kannst du öfters machen das ist lecker und das will was heißen ja wie gesagt ich würde sagen wir sehen uns am grill bis zum nächsten mal die 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 sie